So, denke ich nicht, dass ich hier hin muss. Das ist aber trotzdem immer noch die Frage, wo muss ich hin? Warte, ich habe kein Tunikum genommen. So. Was gibt es denn noch? Hier ist eine Abschwerung. Das heißt, die mittlere Dinge, das könnte man noch austesten, die mittlere Straße. Also, dann machen wir mal. Flieg, kleiner Vogel, flieg. Nicht so schnell. Nein, ich bin gleich. Nein, ich bin gleich. Okay. Ich bin gleich. Ich bin gleich. Bist du eins? xin Ich bin gleich. Ich bin gleich. Das ist auch ne Sackgasser. Central Silent Hill, da oben bei Central ist noch ne Straße, die man gehen könnte und wenn die auch nicht funktioniert, dann bin ich überfragt. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Ich bin nicht mehr auf dem Weg. Oh, Huggelregen. Okay, das ist ein bisschen zu krasser Huggelregen. Ich gehe mal hier ins Polizeigebäude und dann mache ich mal einen Cut, weil ich mag das nicht, wenn ich aufnehme und der Regen in der Aufnahme ist und so. Also, wenn es euch nicht gefallen hat, bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao. Macht eine coole Bewegung. Ciao. Warte, warte, warte. Ebenfalls wie mein letztes Mal, ja, ist dem versprochen ein Fünfer. Ja. Also. Warte, warte.